In diesem Video geht es um Abstände und zwar machen wir immer ein Beispiel aus der Realität und ein Beispiel in der Mathematik. Hier haben wir eine Straße und einen Baum und die Frage ist, wie weit ist dieser Baum von der Straße entfernt, das heißt wie groß ist der Abstand und wie misst man hier genau. Da gibt es ja auf den ersten Blick verschiedene Möglichkeiten, man legt ein Maßband hier irgendwo am Baum an und misst die Entfernung zur Straße, aber misst man hier jetzt so oder misst man so oder vielleicht so leicht schräg, das ist hier die Frage und wie wird das Ganze mathematisch aussehen. Diese Straße wäre in der Mathematik dann vielleicht keine Straße, sondern eine gerade G und der Baum wäre ein Punkt P. Der Abstand von P zu G wird jetzt so gemessen, dass diese Strecke, die wir hier einzeichnen, die kürzestmögliche Strecke ist. Und das ist immer die Strecke, die hier einen rechten Winkel hat. Das heißt, wenn wir hier eine andere Strecke einzeichnen würden, nehmen wir die hier, dann wäre hier kein rechter Winkel mehr. Das wäre also nicht die kürzeste Entfernung, sondern diese Strecke hier in Grau wäre die kürzeste Entfernung und diese Strecke hat auch einen Namen. Man nennt das Ganze Lot und man sagt dann, das ist das Lot von P auf G. Also wichtig ist dieser rechte Winkel und wir schauen uns noch ein zweites Beispiel an. Hier haben wir zwei Straßen, die sind parallel zueinander und wir fragen uns, wie weit diese beiden Straßen voneinander entfernt sind. Also auch hier könnte man ja wieder, ich messe mal falsch, also man könnte hier irgendwie so schief messen oder man benutzt hier wieder den rechten Winkel und so wird dann letztendlich auch der Abstand gemessen. Das heißt, wie sieht das Ganze mathematisch aus? Wir haben hier jetzt zwei Geraden, oft heißen die dann G und H. Und weil wir vorhin mit einem Punkt gearbeitet haben, können wir das jetzt auch machen. Wir nehmen uns einfach irgendeinen Punkt auf G und dann arbeiten wir hier wieder mit dem Lot. Das heißt, wir haben hier wieder den rechten Winkel und können so dann den Abstand von G und H messen. Manchmal gibt es auch noch eine dritte Variante. Hier siehst du eine Straße und wir suchen jetzt Bäume mit zwei Metern Abstand. Und zwar zwei Meter Abstand von dieser Straße. Das haben wir hier gesehen, also wir könnten hier vielleicht irgendwo so einen Baum einzeichnen. Also wenn dieser Baum, sagen wir mal hier, zwei Meter von der Straße entfernt wäre, dann könnten wir auch hier noch einen Baum einzeichnen, der vielleicht auch zwei Meter von der Straße entfernt wäre. Tatsächlich gibt es hier eine ganze Reihe von Bäumen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auf der anderen Seite geht das natürlich auch. Das heißt, hier ergibt sich eine Allee. Wie sieht das Ganze mathematisch aus? In manchen Aufgaben hast du eine Gerade G, das wäre unsere Straße und es wird jetzt nach Punkten in einem gewissen Abstand gefragt. Und da, wie hier in der Realität, gibt es immer auf beiden Seiten der Geraden unendlich viele Punkte. Das heißt, es ergeben sich zwei neue Geraden, die hier parallel zu ersten Geraden sind und die erste Gerade liegt genau in der Mitte der beiden anderen Geraden. Schauen wir uns noch an, wie das Ganze mit dem Geodreieck dann auch wirklich funktioniert. Du hast hier eine Gerade G und du möchtest einen Punkt in zwei Zentimetern Entfernung einzeichnen. Dazu legst du das Geodreieck so auf die Gerade, dass diese mittlere Linie hier genau auf der Geraden liegt und dann hast du hier auch automatisch einen rechten Winkel. Das heißt, jetzt kannst du einfach hier bei zwei Zentimetern deinen Punkt P einzeichnen. Wenn du eine parallele Gerade dazu zeichnen möchtest, beziehungsweise alle Punkte, die hier den Abstand zwei Zentimeter haben, dann gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst dein Geodreieck hier mit diesen Hilfslinien auf die Gerade legen, in diesem Fall bei der zwei, weil wir zwei Zentimeter möchten. Und dann könntest du hier unten eine Linie einzeichnen. Und diese Gerade hier hätte jetzt den Abstand zwei Zentimeter, weil hier auch wieder der rechte Winkel benutzt wurde zum Abmessen. Und wenn du alle Punkte im Abstand von zwei Zentimetern einzeichnen möchtest, müsstest du natürlich hier oben drüber auch nochmal so eine Gerade einzeichnen. Ja, damit du nicht mehr dann kannst, und da gibt es die drüber, dann kannst du hier oben drüber auch noch ein bisschen mehr, Und dann kannst du hier oben drüber auch nach qui,